einen wunderschönen guten morgen heute gibt es ganz was spezielles und zwar nehmen wir euch mit auf unseren foto spaziergang wir wissen noch nicht so ganz wie es werden wird aber nach dem intro geht es auf jeden fall los schauen wir vorher was drin ist nein da ist gar nichts drin ich glaube es ist die tränke brunnen aber zum objektiv wechseln ist echt super also ich sage grundsätzlich immer dass man nebelstimmung macht die träglichen photoshop oder lumina macht aber mein vater ist da anderer meinung nein es ist schon schön wenn man es fotografiert aber das stimmt nebelstimmung ist wirklich ernst der schwierigsten sachen einzufangen für fotografen und es ist einfach immer wichtig dass man nicht versucht den nebel wegzumachen und auch nicht versucht ihn zu provozieren das ist einfach ein schönes nebelbild hat nebel nicht mehr nicht weniger so du hast dir auch noch gar nicht vorgestellt ja ich bin der gerald und wir gingen richtig vor der haustür weg das ist einfach das schöne bei uns dass man da gleich einfach losmaschieren können im bach entlang im edler bach entlang und finden schon den motiv also ich finde das da vorne gar nicht schlecht da vorne ja der baum hier haben sie mal einen großen baum geschlägt ja wir haben da quasi die führende linie die zum baum führt und da hinten leuchtet ein bisschen gerade das laub schön aus da könnte gut werden schauen wir so wichtiger tipp am rande das bild war jetzt zu dunkel weil spiegelreflexkamera das heißt man sieht nicht das fertige bild durch den sucher immer wichtig auf die belichtungsanzeige schauen wenn die strichel bei null ist ist perfekt ein bisschen drunter ist okay ein bisschen darüber ist auch okay aber nicht so viel des guten ja super du vordergrund macht bild gesund oder ja ich habe jetzt den vordergrund rein genommen versuche es jetzt noch einmal ich finde es ganz gut immer das display der man da jetzt nicht heranziehen aber wir versuchen es noch einmal das sind diese blätter wenige also ich mag ja eigentlich diese stimmung ein bisschen so ton in ton nebelig und doch das leichte vom laub und ganz nett werden ja wir werden sehen ich glaube wir gehen einmal weiter oder ja super ihr und mei super das ist echt aber für die jungen leute das wird sein für die jungen leute und der zielgruppe sind junge leute wenn jetzt da wer öderer zuschaut es ist voll okay das gefreut mich aber eher junge leute also ich würde einmal sachen sagen u60 sprich also mein vater zählt nicht mehr dazu berlinen können nicht alles sein boch weg umgefallenen bahn formation im felsformation oder was immer das einfach zum objekt diese fotografieren will hin wird ja was eine gewisse dynamik gibt hin führt vorbeiführt ja muss man schauen dass da im hintergrund sieht man zum beispiel den weg und der weg der führt einfach schön ins bild hinein und gibt einfach so ein bisserl eine eine dreidimensionale wirkung und übrigens barm ist ein baum nur so wie es ein österreicher ist wird uns laut die einzige herausforderung bei spinnennetzfotografie sicherlich eine eigene sparte nein scherz ist auf jeden fall der fokus weil mich filmt gerade die nikon zx2 und sogar die hat probleme den fokus beim spinnennetz zu finden am besten einfach manuell fokussieren dann hat man dieses problem nicht schwammerl fotografieren ist massiert körpereinsatz gefragt wenn man kein klappschwenk display hat natürlich und bei der schönen alten kamera haben wir das nicht dafür klingt dafür dies ist wirklich der einzige grund warum wir uns diese kamera gekauft haben die nikon t3x war weil es einfach einen mechanischen verschluss hat der komplett mechanisch ist und dieser klang dessen ist schon also ist schon gut mit dem kann moderne nikon oder sony kann und was auch immer leider nicht mithalten tut mir leid und gleich neben diesen wunderschönen schwamm mal das mein vater gerade fotografiert hat sehen wir da ich bin so alt ist das wahnsinn sehen wir da eine ehrliche was ist das eigentlich ein spinnennetz er spielen jetzt eine jagdspinne sein jagdspinne das heißt die frisst mir wahrscheinlich gleich naja kann man diskutieren ja da kommst du ja jetzt wichtig ist immer begebe dich auf das gleiche niveau das heißt wenn du ein kind hast das gott spielt nicht von oben aber fotografieren sondern auf die gleiche höhe gehen vom kind und fotografieren das ist bei schwamm mal auch so man muss jetzt nicht gerade in den dreck legen aber zumindest ein wenig und wenn man jagdspinnen netzfotografie betreibt muss man das natürlich auch tun also schauen wir mal und das haben wir natürlich vorher schon autofokus umschalten vorher schon besprochen immer in belichtung schauen passt passt es nicht da wenn sie jetzt ein bisschen zu hell ISO 250 ist völlig unnötig da gerade also nehmen wir ISO 100 wenn sie sich dann umstellen würde so jetzt so super und jetzt haben wir natürlich ein kleines problem und zwar am bild das werden wir gleich einblenden sieht man sehr sehr gut ein paar wassertropfen sind scharf der rest leider nicht also was macht man richtig blende erhöhen höherer wert also die blende wird geschlossen nehmen einfach einen wert den ich eigentlich überhaupt nicht mag nehmen wir schlicht und einfach blende 8 jetzt ist natürlich wieder das bild zu dunkel also schauen wir mal gehen wir auf ein vierzigstel ja das geht sich schon aus gut super hammer das problem bei dieser alten kamera ist das display ist wirklich scheiße darf man scheiße sagen auf youtube sicher sicher mein vater sagt sicher also dann ist es sicherlich genehm ist wirklich nicht gutes display also lieber daheim am guten laptop oder computer anschauen dann funktioniert es so in gerald ist gerade eingefallen das ist sicher kein jagdspinnen netz weil ja jagdspinnen braucht ja kein netz es ist keine radnetz spinne so jonathan versucht die spinne einzufangen aber ich muss natürlich sagen ich bin ja also eine kleine spinne der makrofotograf ist eindeutig der gerald also ich bin da ja sehr unbegabt was das anbelangt ja ein youtuber sagt immer chris kauler ist das glaube ich fotografiere das tier immer im natürlichen habitat gefällt mir sehr gut deshalb sehr vernünftig richtig sehr vernünftig wird schon wieder aufgerufen die er wird immer aufgerufen die ganze zeit sagt gib ja genau während er da gar fertig telefoniert ja im natürlichen habitat deswegen würde ich immer vorschlagen dass man grundsätzlich wenn man das machen will immer so ein 35 oder 50er makro kauft oder verwendet zumindest und wenn man wenn es nicht wichtig ist wie zum beispiel mir mir geht es einfach darum details einzufangen von einem tier oder eben eine kleine spinne format fühlend auf das bild zu bekommen dann macht es auf jeden fall sinn 105er makro zu kaufen ich glaube ganz klar sagen wir telefoniert vernünftiges handy auf jeden fall das muss man schon sagen das funktioniert nämlich nicht so wie es ist dieser wischhandys also smartphones werden sie auch genannt das setzt sie nicht durch ich glaube es geht wieder weiter ja einen wunsch hätten wir noch an das nikon team und zwar bitte gebt uns einen spinnenaugen autofokus am allerliebsten per update für die nikon d3x und ja ich weiß dass das nicht möglich ist aber es war trotzdem geil so und die nächste spinne wird fleißig fotografiert ja hier im hintergrund sieht man gut die herrliche mostviertel landschaft es ist wunderschön da es grandios und so spektakulär vor allem ja also wir haben jetzt doch den perfekten portrait spot entdeckt und ich glaube wir machen was wir machen was wir probieren auf geht genau so ja wir haben schon wieder was entdeckt also es ist wirklich man rennt da ein bisschen im wald herum und entdeckt die ganze zeit irgendwelche mehr oder weniger spektakulären sachen wie zum beispiel einen pilz ein paar schimmelden pilz ja es ist quasi ein schimmelpilz schimmelpilz ein pilz den muss ich manuell fokussieren anders komme ich da nicht hin ja also ich glaube da mit einer moderneren kamera als dieser kamera wird das auch funktionieren mit autofokus auf jeden fall aber die dd 3x ist heute doch ich glaube zehn jahr alt oder so funktioniert noch oh welch wunder ist halt auch nie kann ja und dann mal wieder die großen fragen die man sich stellt fokussiert man lieber auf den baum im vordergrund oder auf den hintergrund beides ist schwierig außer man würde ein fokus decking machen aber das ist uns jetzt zu viel aufwand ja wir haben was gefunden und zwar einen teich ja mitten im wald ja ich glaube schaut sogar auf dem display schon gut aus also kennt das fern ja einfach beim nebel rausgehen und diese stimmung und so das hat durchaus auch seinen reiz da kann man glaube ich ganz gute fotos machen werden wir schauen ob wir es hier wirklich zusammenbringen jetzt der mann hätte ja vielleicht sind wir einfach schlecht das kann natürlich sein das werdet ihr eh sagen könnt ihr in die kommentare einmal schreiben gefallen euch die büder oder nicht vorher gerade vergessen das mikrofon wieder einzuschalten ja anfängerfehler eh was ja wir gehen gerade durch einen gefangenen wald hat es mein vater genannt ja also das sind sicher sehr wertvolle holzblöcke ja mal schauen so wir sind wieder am rückweg nach hause es ist nicht mehr weit nur mehr 200 meter ja es war sehr cool ich glaube ein paar nette fotos sind auf jeden fall entstanden oder ich hoffe ich hoffe schon also ein paar so nebelstimmungen im wald glaube ich kommt ganz nett sein gefällt mir glaube ich schauen wir mal ob es mir auch gefällt wir manchmal klaffen unsere meinungen ein bisschen auseinander ja auf jeden fall ich wünsche einen guten abend das das zu faire wir können